Sachau? Ja, hallo, bin ich da bei Frau Elke Sachau? Ja. Ich hab mal eine Frage. Ja? Wir sind gerade neu eingezogen hier. Wo? Na, bei uns zu Hause. Ja, und? Und da hatte vorher der Onkel hat gesagt, der hat da gewohnt und der hat immer nach dir geguckt. Hä? Na ja, der hat gesagt, dass du immer nackig durch die Wohnung rennst und so. Wo sind sie denn eingezogen? Na, bei Ihnen gegenüber. Bei mir gegenüber? Ja. Welche Nummer denn? Das weiß ich nicht, ich kann die Zahlen noch nicht. Das spinnt doch irgendwie. Sachau? Ja, ich bin, wir sind gerade unterbrochen worden, glaube ich. Ja, und jetzt, jetzt sagen wir mal, wo sie wohnen. Na, gegenüber. Wo denn? Na, in der Straße gegenüber. Und wo ist die Mama denn? Na, die ist doch schon auf Arbeit. Aha. Also, der vorher drin gewohnt hat, hat gesagt, dass er dich immer gesehen hat, wie du nackig in der Wohnung warst. Wie ich in der Wohnung nackig lauf? Ja. Ach, die spinnt doch. Warte mal, knapp, Moment mal. Ja. Sachau? Bist du die Frau Sachau? Du klingst jetzt ganz anders. Wieso, wieso können Sie die Frau Sachau? Na, weil das der Vormieter gesagt hat, hier in der Wohnung... Also, spinnen hier. Was? ...wurde ich mal die Polizei, damit Sie ganz klar sehen da, was da los ist. Und Sie zu verarschen. Ich glaube, ich stehe wirklich in dem Wald oder was? Hallo? Ja, hallo. Ja? Hier ist doch der kleine Telefonschreck und du bist gerade im Radio. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das hast du jetzt übrigens deiner Schwester zu verdanken. Die hat nämlich gesagt, wir sollen dich mal veräppeln. Ja, alles klar, danke. Ja, alles klar, danke.